Hallo Leute, ich möchte euch heute die Beauty-Meets Produkte vorstellen, die ich mir bestellt habe, mit einem Rabattcode von Nina Cosmetics, um 20% billiger, haben 55 Euro gekostet, die zwei Booster, plus die Creme, und ich verwende sie jetzt so gute zweieinhalb Wochen, einmal haben wir hier die Hyaluron Creme Booster, Hydro Creme Booster, das ist die ganz normale Creme, für normale Haut, Skitochter, normale Haut, und alle drei Sachen waren noch in Papier eingeschweißt, also in Plastik eingeschweißt und in Pappverpackungen, aber die haben genauso ausgesehen wie die Flaschen, und die Verpackung, und deswegen habe ich die Verpackung weggeschmissen, und habe nur die Flaschen aufgehoben, einmal habe ich hier den Porn Minimizer, Vitamin C und Vitamin B3, ähm, der ist ein bisschen dickflüssiger, auch für alle Hauttypen geeignet, bringt sehr viel, ich habe jetzt leider kein Vorher-Nachher-Foto gemacht, aber man merkt schon jetzt in den zweieinhalb Wochen, dass die Sachen was bringen, und einmal habe ich Antipickel, das hilft auch bei starker Akne, das ist Vitamin B3 und Zink, die Fläschchen sind jetzt neu designbar, waren da so Metallfläschchen, mit ähm, so einem Pumpspender, und jetzt sind so Glasfläschchen, mit einer Pipette, und wie gesagt, die Verpackung sieht genauso aus wie die Fläschchen, und die Creme auch, und deswegen habe ich die Verpackung dann weggeschmissen, ich wollte ja ein Unboxing drehen, aber das habe ich dann vergessen, und ich kann euch mich zeigen, Moment, meine Pickel sind viel weniger, die Rötungen auch, ich habe mich gerade wieder eingeschmiert, eingecremt, ich habe hier noch einen Pickel, und auf dem Kinn ein paar, aber es ist viel besser geworden, und das hätte ich nicht gedacht, weil es ja andere Produkte sind, und ich mir davon nicht so viel erwartet habe, aber es hat ganz schön was gebracht, und ich würde sie mir auch nochmal bestellen, wenn ich sie nochmal brauchen würde, ich habe schon ziemlich viel von der Creme aufgebraucht, weil ich mich immer sehr dick eincreme, aber es reicht noch, bis die Tropfen leer sind, ich nehme mal so zwei bis drei Tropfen vom Pornminimizer, einmal am Tag und einmal am Tag, am Abend eher die Anti-Pickel-Tropfen, zwei bis drei, in die Creme und, also Creme auf die Handfläche, Tropfen dazu, dann aufteilen, in die Hände einreiben und im Gesicht verteilen, das funktioniert sehr gut und bringt sehr viel, wie gesagt, ich hätte es nicht gedacht, sie sind ziemlich teuer, ohne Rabattcode, kostet es über 70 Euro, ohne Rabattcode würde ich es mir auch nicht kaufen, ich habe jetzt auch einen Rabattcode, aber ich habe die Produkte selbst bezahlt, ich muss auch bei dem Video Werbung kennzeichnen, weil sie sind selbst bezahlt, aber ich mache natürlich hier Werbung dafür, und ich kann sie nur empfehlen, ich zeige euch nochmal die Produkte, Moment, diese drei Produkte habe ich, zwei Booster, und die Hyaluron Creme, und sie ist sehr pflegend, und bringt viel, zieht schnell ein, und man braucht nicht viel davon, von den Boostern immer zwei Tropfen, zwei bis drei Tropfen, ich habe am Anfang mehr genommen, damit ich gleich ein Ergebnis sehe, aber jetzt reichen zwei bis drei Tropfen, na gut, das war es von meinem Video, zu Glutimates Produkten, ich schreibe euch meinen Rabattcode in die Infobox, wenn ich nicht vergesse, das ist aber ein genereller Rabattcode, weil ich keine Kooperation habe, und ich wünsche euch viel Spaß mit den Produkten, wenn ihr euch die bestellt, ich kann sie wie gesagt empfehlen, und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, zu eure Ines. Bis zum nächsten Mal.